was denkst du ich hoffe es nur okay wir sind fertig und wir lernen jetzt mehr über Diabetes du musst jetzt zwei Leute untergehen und kann so ok ok warte du kannst Kassel essen nein du kannst aber du musst auch irgendwie deinen Scheiße Spiegelsen sonst ist dir zu hoch und du perfekt ok 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 also was soll ich jetzt essen Karotten äh Trauben Thunfüß-Sandwich und Glas Milch weißt du was wir wir einigen nehmen's nur auf Glas Milch ja ok weil in Glas Milch ist das ist jetzt okay ich warte noch wenn ihr nach Inselenkurs ist Titan One die erwähnt ist ja das kenn ich mein Gott mal warte was ist das? ähm ähm ja aber das kann man ja ähm ähm beim Rendern schon machen ja der ist tot man ja der Kracker des Todes oder der Keks des Todes ja ja oh shit oh shit der Keks macht nicht fertig ja hier nicht das war ein Mischlinger glaub ich ich hab keiner für mich sieht das aus wie ein ja ich glaube weil ich jedes mal getroffen wurde oder äh ne also hast du viel Futter gegessen also man muss auch aufpassen was man ist das ist ja du musst jetzt die es was weil ich hier im einzelnen es aus es stimmt okay du musst jetzt ne äh sexuell erschein machen da musst du jetzt lieber spielen ähm du musst doch du musst fuck auf man oh du musst jetzt auf einmal nicht du musst du musst voll in den Kracker gesprungen ähm ähm jetzt bin gleich am Ende Nein! Oh, wow! Neklin, lass mich! Nein! Fuck off! Ich lass mich nicht vom Spiel verarschen! Ich lass mich nicht mich vom Spiel verarschen! Ich lass mich nicht mich vom Spiel verarschen! Ich schieb da du! Das versteht jeder! So! So, ein kleiner Pix! So, ein kleiner Pix! So, ein kleiner Pix! Ich schalte auf dieses... Okay... Ich darf nichts mehr essen! Warte, ist das so da hinten? Anscheinend schon! Warte, die Milch darf ich nicht! Ich werde aber das müssen ein bisschen weiter vorgehen! Weil, wir wollen! Dann muss ich mit der Typ noch aufgehauen! Okay... Okay... Ah, jetzt ist es nachmittags! Jetzt darfst du deine A-Kön-Luss-Sex essen! Aber ich will davon, glaube ich, auch nicht... Ähm... Das ist wie das! Hä?! Du konntest noch einmal getroffen werden! Aber du bist jetzt immerhin in der Mitte! Fuck auf, Mann! Ich will wieder leben! Ist das Käse? Käse, glaube ich! Das ist auch, Mann! Legs das Treff und... Käptorben! Ah, ja... Wir haben es geschafft! Wir haben es geschafft! Äh... War immer noch der... Sicherheitszone wie er... Oh, siehst du, wir haben ihn gesenkt! Ops! Okay! Äh... Okay! Das heißt, wir dürfen nicht zu viel essen, aber auch nicht zu wenig! Okay! Ich glaube, ich habe zuerst später geschickt, wenn ich dir was machen soll! Also, wenn du... Take Insulin nimmst! Achso, wenn du ins Nimmst musst du auf deine Ernährung und dein... Ähm... Dein Essen... Deine... Äh... 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 Bewegungs... Äh... 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 Niami! Ähm... 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 zedel... Soll ich den Roll ist... Alter! Zwei... 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 Eeeh... Ähm... D-Dark Undertale und... Entschuldig mir Captain Nolan, kann ich aber ein bisschen... Ich Kann ich einen Rat von Ihnen haben? Captain Nolan, warum nicht, Joe? Ähm... Ja... Irgendwas... Er hat Schuhe geschenkt! Echt? Was hast du dir geschenkt? Was hast du dir geschenkt? Das sieht aus wie das Ding hatte den Kackeln, man. Habe ich auch gesehen. Ich bin da hochgesprungen, man. Nein, das ist nicht. Ich finde es nicht alles gekutzt, was du da in der Hand hältst, ey. Ähm, was du mir zusätzlich... ...und die Fessel bekommen. Das ist dein Gebot. Oh. Und, äh, soll trocken. Aber von wo muss ich wieder starten? Echt jetzt? Ja. Äh. So. Mach mal. Nicht schade. Mach nur. Schade. Warum kriege ich nicht mehr Leben, man? Weil das Spiel scheiße ist. Das bin ich in Eidem. Genau so gelöst. Ich bin davon. Danke. Ja. Ja. Ja, dann kannst du auch... Ich gebe dich doch schon ein bisschen. Hopp. Was machst du da? Niederverdienste. 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 Ja. Doch ... Zweimal noch. So, zweimal. Sag mal, das sieht aus wie kurz das Mikro. Ach, dass du ums Grünersack hattest. Ja, das sieht aus wie ein Kohle-Zentakel, wie du's gesagt hast davor. Wenn das von Japanern kommt, hab ich mir gedacht. Das kann man ja von Amerikanern glaub nicht, das Spiel. Da hab ich Angst. Was die mit dem Tackle anstellt, will ich nicht wissen. Hä? Wie hat das mich getroffen, Mann? Oh, Mann, wie man sich hier schickt. Wenn man schicken Wie. Du weißt, ganz auf hab ich vom Schuss, where or white places with the owner? Oh, fuck, all of dies, ja, okay. Was hab ich irgendwie geschafft zu überleben. Riecht bitte irgendwie. Uuuuh, uh, 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 gis'n flow, gis'n flow. Jetzt müssen wir nur fein holen, man. Have a turkey sandwich and a glass of milk. Was soll ich jetzt test nicht machen? Wann, guck mal, ich kriege... Merke 1. Oh, oh, perfekt, ich habe Leben. Ich habe Leben dazu bekommen. Yeah! Okay, warte, bitte. It is good to try to stay in your target range, so stay healthy. Ja, drink milk. Oh, Gott, dann lege ich wieder diese Runde. Was zur Hülle ist das? Was ist das denn? Ja, ich kann ja so später um wieder... Wenn jetzt rennt, dann guck an. Hallo? Egal, Mann, und ich bei dich die Verwundbarkeit bist du. Das sieht so eklig aus. Hier kommen jetzt alle Gegner. Hier sind bisher die leichtesten Gegner gewesen. Ey, der hat mich eigentlich getroffen. Das schaut, ihr wisst ja! Wisst ihr was? F***t euch alle ins. Egal. Du hast noch, wenn du musst schlussend von Anfang ankommen. Nein, mach ich nicht. Mach ich nicht! Wenn da mir einfach so wollte... Jetzt auf einem hat das geklappt oder was? Ja klar. Die... hört doch nicht auf dich. sie spassen das spiel will ich einfach immer nass und cool ist das kann ich doch das kann dann glaubt okay so viel dazu kommt springen zu spät kommt ich weiß was wir schieben aber hey spielt ihr selbst mal das spiel auf NES an der SNES meine ich ich leide er schaut dazu und lacht sich an der schlapp schein Keks weißt du was fängt dich ins Knie und der Mischli oder jetzt doch noch mal was kann es Fakao da ist so wie die Geschichte und was hat was ein Geld gemacht ist auch dein so cool wie so Riesse und warum könnten gerade nämlich genau an wenn du mit mir redest das abgekattet ist das Spiel ja alles entgegen mich und sie gut zu tun Platz Hälfte die Sitzung die Begröse der Existenz und Dr. Happy er das auch das ist war der erste Tag die Nürnberg das ist nicht wahr er ist wieder ok jetzt kommt das scheiß okay wir sehen uns gleich wieder